Ich stehe mit Stasek und Stasek hat im Film The Earl Prince mitgespielt. Wie geht es dir heute? Ich bin gut, danke. Wie hast du die Chance in diesem Film bekommen? Es war nur ein Casting. Ich habe mich mit Kuban in 2013. Dann war es ein zweites Casting und dann war es ein Phone, das ich gewinne. Das ist wirklich cool. War es wirklich einfach oder gab es irgendwelche Probleme? Nein, es war ein bisschen schwer. Kuban ist ein guter Partner in der Arbeit, so alles war gut. Könntest du einfach deine Charakter für uns beschreiben? Ja, er ist ein junger Genie in Maths und Physik. Er ist ein bisschen verrückt und er hat einen starken Charakter. Er möchte einfach seine Erinnerungen folgen. Ich bin ein junger Genie in Maths und Physik. Kannst du dich identifizieren mit deinem Charakter oder nicht wirklich? Ja, ich bin nicht ein junger Genie in Maths und Physik. Aber ja, folgen die Erinnerungen ist etwas, das ist das Gleiche bei uns. Und es war nicht deinem ersten Film, ist das richtig? Ja, es war. Es war. Ja, es war mein ersten Film. Okay, so are you happy with the outcome in the end? With what? With the outcome of the movie? Ja, sehr, sehr. I think the public was fantastic and I'm very happy. Was it uncomfortable seeing yourself on a big screen or is that alright? Ah, no, that wasn't the first time when I saw the film, so no, not really. We'll see you next time. Bye. 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 Bye.